Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gehen wir tatsächlich dem Mythos Abarth Bremse auf die Schliche. Also wir versuchen heute das ganze mal zu berechnen. Bisher haben wir ja Try and Error gemacht. Funktioniert auch. Könnten wir auch weiterhin machen, aber aktuell ist nichts mit Try, weil es kalt draußen schneit und wir können nicht fahren. Deswegen hat sich jetzt tatsächlich auf der Essen-Motorshow jemand bei uns gemeldet. Beziehungsweise Kai, guter Gumpel von dir, kennt euch schon länger. Hat nichts mit Essen-Motorshow zu tun. Und heute gibt es so eine fabelhafte Exit-Tabelle, wo wir nachher mal reingucken. Essen-Motorshow überlebt? Ja, aber es hat Nachwirkungen immer noch. Ich überlege auch jedes Mal danach, was das krasse an der Zeit ist. Ich glaube gar nicht unbedingt, dass es das Arbeitslevel ist, wie viel man ackert, sondern ich glaube mehr ist es so, dass das Stresslevel in Form von Emotionen, Geräusche. Weißt du, den ganzen Tag so diese Geräusche, das ist ja auch Stress vom Körper. Ja. Und den ganzen Tag Lampen auf dem Kopf und so weiter. Ja. Und dann eine Masse von Menschen hast du ja auch noch um dich herum. Du willst ja irgendwie auch jedem gerecht werden, jedem irgendwas erklären und merkst halt irgendwann ist auch Batterie leer und dann fängst du halt zu lallen. Wir hatten es diesmal so gemacht, Daniel war mit seiner Firma Animal Racing bei uns mit auf dem Stand. Wie ist deine Erfahrung? War das cool? Ja. Hast du gute Gespräche gefühlt? Ja. Weil bei mir beschränken sich die technischen Gespräche meistens leider immer auf ein Hallo und Tschüss, weil einfach gar nicht so viel Zeit da ist und so viele Leute da sind. Da kann man mal auch schnell versuchen, jemandem zu helfen, aber jetzt nicht irgendwie eine Viertelstunde sich mit irgendjemand halten. Ja, die Gespräche waren angenehm. Also waren schon technische Gespräche? Ja. Auf jeden Fall. Und nicht wenig. Also ich fand das Interesse war super. Für uns war das eigentlich kompletter Erfolg. Auch mal ein bisschen das breitere Publikum. Dass sie mal sehen, was Animal Racing ist. Das ist bei vielen noch gar nicht auf dem Schirm. Ja, okay. Kai, erzähl mal. Ja genau. Ich habe dein Video gesehen und dachte mir so, ja, so schwer kann das ja gar nicht sein. Aber dann habe ich mal darüber nachgedacht und habe es auch nicht verstanden, warum das so ist, wie du da erzählt hast. Und dann habe ich den Ansatz verfolgt, einfach mal ein paar Gleichungen untereinander zu schreiben und das mal zu berechnen. Und ich denke, da kam was ganz Gutes dabei raus, was das anschaulich macht. Kenne ich. So ein paar Gleichungen untereinander schreiben und ein bisschen sich gelenkt zu machen und so weiter. Das heißt, du hast das mal studiert irgendwann? Genau. Ich bin gerade im Master und habe drei Jahre lang former Student gemacht in Richtung Fahrwerke, Fahrdynamik. Da gehört Bremse auch dazu. Deshalb durfte ich mich dann recht intensiv damit beschäftigen. Das heißt, wir fangen heute mit Bremse an, dann machen wir Fahrwerk weiter. Dann schieben wir noch Stebbis zwischen. Und dann können wir wieder Try and Error machen und fahren irgendwann. Okay. Das heißt, du siehst wirklich Chance da drin, das zu berechnen. Wie nah ist man mit dem Berechnen immer später an der Praxis da noch dran, wenn man es vernünftig berechnet? Also es kommt natürlich immer darauf an, wie man das berechnet. Man kann das statisch berechnen, so wie ich das gemacht habe. Da muss man viele Sachen annehmen oder vereinfachen. Man kann es dynamisch berechnen, dann wird es sehr kompliziert, aber auch Overkill meiner Meinung nach. Ich habe das alles linear angenommen. Das sind natürlich Vereinfachungen, die das Ergebnis sind einfach fälschen. Aber ich denke, mit einem Waagebalken, da hast du auch noch ein bisschen Einstellbereich, kriegt man dann was ganz Gutes hin. Formula Student heißt, da warst du auch aktiv und da berechnet man sowas auch alles erstmal vorher. Bevor da irgendwas gemacht wird, wird immer erst berechnet. Genau. Gibt es mittlerweile auch Tools, die sowas simulieren? So ein Thema Bremsung, so wie es halt, keine Ahnung, mit Kräften und Temperatur, was weiß ich, was man alles simulieren kann. Aber so in Bezug auf Fahrzeugdynamik, gibt es da mittlerweile auch Simulationen für? Bestimmt, aber die meisten Rennteams machen das halt selber. Also gibt es jetzt nicht irgendwie so, dass man ein Auto mit Fahrwerk-Setup einfach mal aus Spaß die Nordschleife fahren lässt und simuliert und am Ende bei rauskommt, scheiße, wir brauchen mehr Federweg. Doch, das auf jeden Fall. Echt? So weit geht das schon? Das ist eine Rundenzeitensimulation, das ist eigentlich Stand der Technik. Wo kennt ihr beide euch hier? Wir haben uns eigentlich Trackday kennengelernt. Wann? In zwei Jahren? Ne, anderthalb. Einerthalb jetzt, genau. Letzten Sommer. Ich dachte, ihr kennt euch schon viel länger. Ne. Das fühlt sich an, als wenn wir uns länger kennen. Ja, also ich bin auf jeden Fall gespannt, was dabei rauskommt. Was machen wir denn heute? Wir berechnen einmal, Bremse vorne hinten, das Verhältnis, so mit Pedalkolben, Kraft und so weiter. Ja, ja. Und am Ende versuchen wir eine Bremsauslegung zu finden, die ich als nächstes aufs Auto draufstecken sollte, damit es funktioniert. Genau. Geil. Das Problem ist, das Ganze kann man ziemlich einfach berechnen. Man muss ein paar Annahmen treffen. Die sensitivste Annahme, sage ich mal, ist halt die Schwerpunktshöhe. Wenn man die nicht richtig hat und die ist halt wirklich innerhalb von fünf Zentimetern, kommt man da komplett raus mit der Berechnung, dann braucht man gar nicht anfangen mit der Auslegen. So und diese Schwerpunktshöhe, die ist relativ schwer zu messen und das versuchen wir nachher dann relativ genau hinzubekommen. Die kann man aber messen. Das geht. Kann man messen, ja. Okay. Ich würde sagen, wir gucken uns deine Wundertabelle einfach hier mal ein bisschen an und gucken mal, was da so drin geht. Die ganze Tabelle hast du alle so komplett daraufhin, nur auf mein Video hin angelegt? Ja. Ach, das weiß ich. Kriege ich ja schon fast ein schlechtes Gewissen in. So eine Tabelle würde ich noch nicht mal anlegen für was ich weiß. Das Schlimmste war tatsächlich, deine ganzen Daten rauszusuchen im Video oder immer vor- und zurückspielen, gucken, wo du was gesagt hast. Das war echt nervig. Und du hast ja auch dreimal den Zylinder gewechselt. Das hat mich auch echt durcheinander gebracht. Das heißt, als allererstes muss man jetzt hier jede Menge Zeugs eintragen? Genau. Also bei mir ist meistens blaue Sachen, das sind Parameter und grüne Ausgabewerte, die relativ wichtig sind. Und heiße sind da irgendwelche Berechnungen. Das hier sind quasi deine Fahrzeugdaten. So Werte wie Hauptbremszylinder, vorne hinten Radbremszylinder. Die Pedalübersetzung, die haben wir ja gerade eben noch gemessen, ist auch relativ wichtig. Die Zylinderanzahl natürlich von den Bremssätteln. Scheibendurchmesser, Reifendurchmesser, Hafttreibwert von den Belägen, Hafttreibwert von den Reifen. Hafttreibung von den Reifen ist ja mit Sicherheit sowohl Luftdruck als auch temperaturabhängig und so weiter. Ja. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal von dem Idealwert aus? Ich bin von irgendwas ausgegangen. Okay. Also da wären Messdaten ganz interessant, wo du einfach voll reinladest und guckst, mit wie viel G kannst du verzögern. Ja, und dann kriegen wir den Haftwert daraus. Das ist dann vereinfacht gesehen dein Hafttreibbeiwert. Also das sind ja ähnlich erstmal Standardwerte, so ein bisschen wie wir auch beim ABS eingetragen haben alles. Ja, genau. Bremspedalübersetzung, muss man dazu sagen, haben wir eben gerade im Vorfeld schon einmal ausgemessen. Relativ einfach. Einfach Bremsflüssigkeit kurz aufgemacht, dass man das Pedal komplett durchtreten kann. Und einfach nur Verhältnis Pedal, also Fuß, zu Verhältnis vorne am Hauptbremssilinder. Genau. Die Wege. Einfach die Strecke, ja. 4,4 ist ja eigentlich relativ viel, ne? Hätte ich auch gesagt, ja. Also das wird auch der Grund sein, warum dieses Setup mit 15 und 16,8 hat sich echt noch weichtreten lassen. Also das war 0, so dieses Gefühl ohne Bremskraftverstärker, dass du da wie gegen so einen Stein gegen trittst. Ja. Das war echt noch angenehm. War das schon mit Nachpumpen? Ja, ja. Das war mit Nachpumpen, ja. Das war mit Nachpumpen, ja. Okay. Also man telefoniert eigentlich die ganze Kette einmal durch. Aus dem Bremspedal, dann geht es in den Waagebalken, da in den Hauptbremszylinder, dann die Bremsleitung, dem Druck, bla 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 bla. Und dann berechnet man so Sachen wie den Druck in den Bremsleitungen, das ist so eine charakteristische Größe bei dieser Pedalkraft. 250 Newton, 25 Kilo, das ist, denke ich mal, das Maximum an Komfortlevel. Also darüber wird schon echt schwer, aus dem Gefühl raus. Das heißt, wir müssten ja von der Theorie her gleich auch zurückrechnen können, weil ich ja weiß, was ich an Bremsdrücken in den Leitungen hatte. Ja. Müsste ich ja jetzt mit der Übersetzung wissen, wie stark ich in das Pedal reingetreten habe. Ja. Was hast du da für Drücker? Also optimal gebremst hat das Auto vorne 30, hinten 20 bar. Ja, jetzt haben wir vorne 25, hinten 31 mit dem wir hatten und hast 25 Kilogramm. Okay, da sind wir ja gar nicht so schlecht. Ja, das ist halt ungefähr nicht. Also das war, das war aber noch mit dem, das war noch weich reingetreten. Also das war jetzt noch nicht so, also ich behaupte mal 500 Würde, also 500 Würde auf der Grenze sagen. Ja, 500 ist, ja, viel. Die waren eher, die machen auch 800. Die machen die. 1000 Newtonmeter. Okay, aber das heißt, wenn du es jetzt so einträgst, bei Nullstelle und Waagebalken kommt schon raus, dass von der Theorie her hinten der Bremsdruck höher ist als vorher. Ja. Das passt auch. Genau, das passt mit dem, was du da hattest. Wenn du das jetzt auf, so wie es war, 30, 20, wie weit müsstest du den Waagebalken da verschieben? Ist das da auch schon mit drin? Wegen Länge Waagebalken hat das damit was zu tun? Ich kann hier den Waagebalken einstellen, ja. Kommt da hin, bei 65. Ja, passt ja genau. 65. Wenn wir 65 eintragen, hat er dann vom Druck her 3,2 und 2,1 mal 10, dann sind wir bei 30 und 20. Genau. Kommt ganz gut hin. Also sieht man schon mal, dass Theorie und Praxis in dem Fall gleich war. Ja, also wir kontrollieren jetzt einfach erstmal ein bisschen die Tabelle. Jetzt haben wir ja hier Zylinder geändert und hatten ja eigentlich die Hoffnung, wir wie hatten wir nochmal angefangen? Wir haben als allererstes die 16,8 nach hinten gemacht. Also hier 15 und da 16,8. Genau. Und hatten vorne 23,8 gemacht. So ein riesen Kamenzmann da rein. Also weiter im Text. Ich musste einmal kurz nachlesen, was wir alles tatsächlich schon verändert haben. Ha, siehst du schon doch. Also wir haben angefangen mit 16,8, 15. Vollkommen richtig. Sind dann gegangen auf 16,8 hinten, ist auch korrekt. Und vorne auf 23,8. So, das ging komplett nicht. Ja, das sieht man. Wie man jetzt auch hier sieht, das ist sofort die Brems bei Waagebalken in der Mitte, ist der Bremsdruck hinten doppelt so. Ist ja mit der Tabelle, wo es gleich schwagelt. Ja. Daraufhin haben wir dann vorne kleiner gemacht auf 20,6. Das war wieder ein bisschen ein Schritt in die richtige Richtung. Ja. Aber immer noch mehr Bremsdruck hinten als vorne. Ja. Und haben jetzt gerade verbaut, dann hinten einen viel, viel größeren. Das war der Punkt, wo ich eigentlich ausgestiegen bin. Weil hinten einen größeren Zylinder, weil wir hinten verringern wollen. 23,8 genau. Und kommen dann jetzt auf 1,6 und 1,24. Das zeigt jetzt aber schon, weil wir reden immer von konstanten 25 Kilogramm Pedalkraft, dass man viel, viel, viel stärker treten muss, weil man so natürlich viel weniger schafft. In der allerersten Auslegung, wie ich das erste Mal gefahren bin, hatten wir hinten auf der Nullstellung mehr Bremsdruck als vorne. Jetzt gerade, so wie wir es jetzt verbaut haben mit 20,8 und 23,8, haben wir immerhin vorne mehr Bremsdruck. Mhm. Von der Theorie her, jetzt könnte man ganz gut angenommen, wir wollen auf diese 20 und 30 kommen, beziehungsweise 30 und 23, das war ja ungefähr, wie ich immer gefahren bin. Also wir können jetzt immerhin mit der Excel-Tabelle schon mal berechnen, was der Druck macht. Das ist schon mal gut. Genau. Mit dem Druck kann man ja dann die ganze Leiter durch telefonieren und am Ende kommt raus, wie viel Bremskraft du am Reifen hast. Mhm. Und welche Radlass du am Reifen hast. Mhm. Und dann kannst du ausrechnen, wie hoch die Ausnutzung vom Haftreibpotenzial ist. Okay. Das heißt, für mich zum Mitschreiben, machen wir mal unsere aktuelle Commida rein, 26 und 23,8. Hier rüber kannst du jetzt ausrechnen, wenn ich mit 250 Newton ins Pedal trete, kriege ich eine, also ich nutze 40 Prozent von der möglichen Haftung quasi, die der Reifen übertragen kann aus. Vorne. Vorne. Hinten 13. Was relativ wenig ist. Ja. Gefühlt. Wie stark müsste ich reintreten, um in... Also die Sache ist halt, das ist halt nicht linear. Hinten steigt exponentiell zu oder nimmt zu und vorne nimmt das halt ab, degressiv. Woran liegt das? Weil du erhöhst die Bremskraft linear, aber gleichzeitig verringert sich auch die Radlast. Ah, okay. Das ist schon mit eingerechnet. Genau. Das ist jetzt gerade schon mit eingerechnet. Das heißt, hierfür bräuchten wir aber gerade eine Schwerpunkthöhe eigentlich schon. Ganz genau. Das heißt, wir haben jetzt eigentlich schon einen Schritt gerade übersprungen. Okay. Aber so ungefähr mit 720. Ja. Was schon ordentlich ist. Ja. Auf Dauer kriegst du das nicht. Das heißt, von der Theorie her, dieser Wert hier unten zeigt uns an, ob es überhaupt möglich ist, die Haftreibung, die Reifen voll auszunutzen. Damit wir sie voll ausnutzen können vorne, müsste ich mit 720 Nm ins Pedal reintreten. Das könnte jetzt auch der Grund sein, warum ich nie ins ABS vorne reingekommen bin und es die ganze Zeit nur hinten geblinkt hat, weil ich krieg's ja niemals mit hinten mit 700 Nm reinzutreten. Ja. Weil ich weiß ja schon, wie stark ich, also diese 500, 250 Nm, die ja das waren für 30 und 20 Bar, kam das hin? Ja, waren das 52 Jahre. Das hatten wir ganz am Anfang eben gerade schon einmal gecheckt. So, also mit einem angenehmen Pedal, wie ich jetzt gerade reintreten würde, sind wir vorne bei 53 Prozent und hinten bei 20,8. Aber ich glaube, bevor wir da jetzt ins Detail gehen, müssen wir als allererster Schwerpunkt bestimmen. Ja, okay. Ja, dann machen wir das einmal schnell. Entschuldigt das leichte Chaos hier. Wir haben kurz vor der ersten Motor Show alles zusammengebaut und sind jetzt gerade frisch vom Trailer runter wieder hier rein. Deswegen ist es immer eine wilde Phase. Also unser Versuchsaufbau. Radlastwagen hinten, Radlastwagen vorne. Das Ganze ist jetzt mit unserem Richtscheit ungefähr in der Waage. Also mit Wasserwaage. Und wir sind aktuell bei 957 Kilogramm. 32,8 Prozent hinten. Pass auf, Daniel, du bist das Versuchskaninchen. Hm? Du kannst dich mal reinsetzen hier bitte. Kommt endlich mal Gewicht ins Auto. Zum Glück ist die Pizza schon verdaut. Na komm mal, so schwer bist du geil. Was war mehr? Knapp ein bisschen über 100. Was? Das ist die Jacke. Nicht mit der Kamera. Das ist Jacke. So, jetzt haben wir ein Verhältnis von... Ah doch, siehst du? Fast passt, ne? Die Kommazahl ist egal. 1062. Die Gesamtmasse. So, was machen wir jetzt? Den Schwerpunkt messen. Die Schwerpunktshöhe, oder? Mhm. Das heißt, Auto jetzt hinten hoch. Mhm. Und gucken, was passiert, gewichtsmäßig. Genau. Erstmal brauche ich die Werte. Und das ist jetzt natürlich auch alles nur eine Annäherung. Ja. Weil idealerweise würdest du vorne hinten die Achsen blockieren, dass die gar nicht nachgeben. Genau. Und dann auch Dummyräder quasi. Also keine Gummiräder, sondern einfach Metallräder, damit die auch nicht einfedern. Mhm. Und dann kriegt man es relativ genau hin. Das Problem ist auch, dass der hier nur in 1 Kilo Schritten anzeigt. Mhm. Das heißt, da haben wir auch schon eine riesen Toleranz. Das wird nicht sehr genau. Aber zumindest eine Richtung. So, worum willst du anfangen? Jetzt 10 nach oben, ne? Ja, würde ich sagen. Die Sitzposition passen, Daniel. Ja, jetzt fährst du nicht mehr nach Horizont. Jetzt kannst du wieder Straße gucken. Das ist auch eine Tabelle von dir selber wieder so geschrieben? Ja. Lassst du hier die Höhe eintragen. Das waren jetzt 14 Zentimeter. Dann kommen wir auf eine Schwerpunktshöhe von 317. Klingt schon mal besser als 400. Ja. Okay, das heißt aber, wir können jetzt theoretisch noch mal eine zweite Höhe messen. Wenn wir jetzt nochmal 10 Zentimeter hoch machen. Je schräger wir das Auto stellen, je genauer wird's. Weißt du, Bi? Geil. Alter, stell dir mal vor, du kommst so die Startziele an, Alter. Ich würde gerade sagen, wenn du den Fahrzustand, ne? Ende Start und Ziel erreicht, dann weißt du, nicht lenken. Nicht lenken. Das habe ich schon angesagt vorne. Ich finde es immer wieder Wahnsinn, wie viel man ändert, ohne dass sich was tut. Ja, 416. Mhm. Okay. Das hier ist jetzt alles belanglos, vorne angehoben, hier angehoben, ist egal. Ja, das ist egal. Guck mal, der macht einfach nur 500 Gramm weniger. Das ist direkt ein Centi. Mhm. Okay. Das heißt, wir könnten jetzt nur noch mal einen dritten Wert machen. Ja. Können wir mal. Nein. Warte, ein bisschen geht nach. So. Geht das echt crazy? Die will auch, dann muss ich mal gucken, was wir machen. Und? So. Paris-Dakar-Feeling. Bin dann gerade über die letzte Düne gesprungen bis Richtung Start und Ziel. Aber da kommen wir immer näher an den Wert. Ja. Also ganz wichtig ist, je höher wir das Auto stellen, je weniger wird die Differenz immer. Also je weiter kommen wir an einen festen Wert, den er anpeilt. Aber noch 10 können wir ihn, glaube ich, nicht geben. Also das, was jetzt bei rauskommt, müssen wir auch überlegen. Ja. Und da sind wir bei 41 cm, 42 cm. Genau. Habe ich jetzt keine Referenz. Weißt du, was so ein Serienauto hat oder so? Was jetzt zum Beispiel so ein M3 hat oder so? Ich hätte jetzt gesagt 0,5 cm. Also wo sind wir sogar tiefer? Weil alle sagen immer bei dem Serienauto. Weil alle sagen immer, der Schwerpunkt ist so scheiße von dem Auto. Aber 0,41 finde ich ihn gar nicht so schlecht. Und du bist aber wohl in tief. Ja, ja, ja. Stimmt. Achso, klar. Wenn du natürlich beim Serienauto das Ding erstmal 18 cm tiefer legst, ist der Schwerpunkt gleich erstmal 18 cm tiefer. Du hast ein Carbon-Dach, du hast die Leitglas-Scheibe. Das sind ja alles sehr hohe Bauteile. Also tiefer legen das Ding. Haben wir gerade gelernt. Okay, das heißt, wir haben jetzt auf jeden Fall gerade mal auf schnell und nagelt uns jetzt da nicht auf ein Zehntel fest, auch nicht auf ein Zentimeter fest. Aber es ist immerhin so, dass wir grob sagen können, da liegt er irgendwo. Ja. Einfach nochmal leicht erklärt, das ist der Schwerpunkt. In dem Moment, wenn wir eine Achse hochheben, kippt der so rum. Und über die Erdanziehungskraft und den Winkel kann man einfach berechnen, wie hoch dieser Abstand ist. Auf einfach gesagt. Genau. Okay, dann können wir jetzt wieder hoch ins Warme gehen und gucken dann weiter die Tabelle. Okay, Schwerpunkthöhe. Was hatten wir? 42. So, jetzt können wir mit dem Setup gucken. Wir müssen ja eigentlich, müssen wir ja von dem Setup ausgehen, wie ich gefahren bin. Weil es bringt jetzt ja nichts, so wie wir es da unten jetzt haben, sondern wir wollen ja eigentlich mehr erklären, wie wir gefahren sind. So, das war also 16,8 und 15,0. Da war ja auch noch die Sperre drin und so weiter, ne? Ja, habe ich schon eingetragen und das ist genau das, was du sagst. Du trittst mit 350 Newton rein ungefähr. Die Hinterachse blockiert, die Vorderachse nicht. Das heißt, diese Tabelle ist jetzt gerade Hinterräder, Vorderräder. Ja. 100% heißt theoretisch das, was der Reifen übertragen kann. Das würden wir in dem Moment auch machen. Genau. Und hier sehen wir jetzt, dass wir beim Reintreten bei 350, was wir relativ schnell erzeugt haben werden, 100% eine Hinterachse haben, wo wir bei gleichem Reintreten an der Vorderachse gerade mal bei irgendwo 75 sind, was jetzt erstmal schon mal gar nicht so schlecht ist. Also es ist jetzt ja nicht irgendwie 130, sondern es sind ja immerhin, oder anders formuliert, wenn man knapp drunter tritt, kreuzt es sich ja immerhin, aber dann bist du halt weit weg von der Vollbremsung. Was man dazu sagen muss, das ist jetzt natürlich in Abhängigkeit von Reifentemperatur. Logischerweise. Weil kalte Reifen würden wir ja erst gar nicht so hoch kommen. Aber das wäre dann vorne und hinten das Gleiche, ne? Also das heißt, das Verhältnis würde ja gleich bleiben. Tendenziell hast du ja hinten kältere Reifen bei Vorderentrieb. Und wenn du dann hier 1,3, also ich habe den Reibwert auch nur angenommen. Da müssten wir mal die Bremsung machen, gucken wie viel er schafft. Da sagen wir, wir haben hinten weniger Haftung. Dann erreicht er natürlich auch schneller seine Haftgrenze. Ah, okay. Das heißt, wenn wir die kalte Reifen gleich weniger Traktion gleich. Okay. Was wäre der Optimalpunkt? Wie würde dieser Graph aussehen? Optimal wäre, wenn du, keine Ahnung, bei 350 Newton, wenn sich da die beiden Graphen treffen bei 100%. Okay, dass sie beide genau bei 100% ankommen, weil man dann dynamisch einfach perfekt bremst. In der Theorie. Und du hast dann noch ein bisschen Verstellbereich mit dem Waagebalken. Können wir da, das machen wir als allererstes. Kannst du mal den Waagebalken jetzt gerade verstellen, wie sich das dann verändert? Also angenommen, ich drehe jetzt nochmal so auf 0,65 oder 0,6. Okay. Ja, guck mal. Das reicht halt immer noch nicht. Aber wir schieben immerhin die Vorderachse immer, immer höher. Und sie treffen sich jetzt immerhin schon bei 85%. Und 85% von der Idealübertragung ist, glaube ich, schon echt nicht schlecht. So für so einen Hobbyfahrer wie mich. Untertreibt man nicht. Dafür, dass wir hier auch ohne ABS gefahren sind. Ja. Muss ja auch ohne ABS auch erstmal ankommen und so weiter. Also war die allererste Auslegung wirklich gar nicht so verkehrt eigentlich. Aber wir hatten den Waagebalken nach ganz vorne gedreht. Also wir können ja so 0,65 eintragen. Ich meine, der kann sogar 0,65. Ja, mit dem Setup hast du ja auch die Reserven, das mit dem Waagebalken ein bisschen zu steuern. Ja, wir sind halt im Anschlag nach vorne gefahren. Also immerhin, was schon mal gut ist, diese Tabelle beweist immerhin, dass das, was ich da gemacht habe, schon immerhin richtig war. Also, dass es richtig war, die Bremse weiter nach vorne zu schieben, als nach hinten. Weil wir so jetzt gerade ja den Schnittpunkt schon immer weiter nach oben geschoben haben und jetzt so bei 95%. Was halt krass ist, jetzt gerade, angenommen, ich bremse jetzt gerade aber nur hier. Also ich trete nicht voll rein. Das finde ich eigentlich gerade viel krasser. Wenn du jetzt nicht auf die Kurve zuhämmerst und wirklich an die 100% ran fährst, sondern ich trete mal nur mit 250 rein, dann bremst das Auto viel, viel mehr vorne als hinten. Das ist quasi die Differenz dazwischen einfach. Ja, du siehst halt, irgendwann kommt dieser exponentielle Anstieg, den du meinst bei der Bremse. Also die Bremskraft ist ja immer linear, aber die Ausnutzung ist vorne dann viel, viel höher. Ja. Ich würde mal eher vorne 17,8 machen. Und hinten 20,6 oder was? Und dann jetzt vorne so viel größer werden, dass es passt. Jetzt kann ich anbieten 19,0. Okay. Dann kommt als nächstes 20,6. Ja. Ja. Aber da musst du schon reinlatschen. Boah, das ist schon... Mhm. Aber wird nicht anders gehen. Weil ich werde ja nicht durch ein paar Federn hinter dem Bremskolben und ein paar andere Bremsscheiben das komplett wegkriegen. Das wird einfach Frontantrieb mit Slicks und dieses Radlager, wie es da ist, wird immer ein bisschen Spiel haben. Weil es ist halt einfach nur ein Abad und kein TCR-Wolf. Das Radlager ist auch gefühlt eigentlich eher mein hinteres Radlager. Es ist wirklich kein großes Radlager. Okay. Und dann sind wir theoretisch nur bei einer 90 Prozent. Wenn wir jetzt... Was hatten wir jetzt gerade hinten reingemacht? 20,6. 22,2 gibt es noch. Aber die Pedalkraft natürlich wieder noch mehr. Ja. Und dann sind wir tatsächlich schon außerhalb der Pedalkraft. Also was heißt außerhalb muss man mit mehr als 50 Kilo reintreten, ne? Das ist schon ordentlich. Jetzt spielt natürlich gerade in diesem Wert auch die ganze Zeit wieder noch Thema Bremsbeläge rein. Koeffizient und so weiter. Der ist mit drin. Ja. Also man könnte jetzt auch anfangen hinten andere Beläge drauf machen. Noch weniger Reibwert, ja. Okay. Dann gehen wir mal auf die Kombination 17,8 und 22,6. War das? Ne, 26, sorry. Okay. Also wir stellen fest mit der jetzigen Bremse können wir abschließend sagen, wir können jetzt bestimmen wie die Zylinder sein müssen. Wir werden aber das Problem haben, entweder die Zylinder werden zu groß, die Pedalkraft wird übelst hart oder die sind klein und wir haben immer das Problem, dass man nachtreten muss. Das heißt, was müssten wir jetzt an der Bremse an sich ändern, um da auf ein besseres Ergebnis zu kommen? Ja, die vier Sachen, die ich eben gesagt habe. Um dieses Pumpen zu verringern. Ich würde hinten halt einen Festsattel machen mit geringeren Kolben, also mit kleineren Kolben. und vielleicht ein proportional Ventil zwischen der Hinterachse, sodass du da den Bremsdruck verlängerst. Dass man es trotzdem nochmal drosseln kann. Genau. Aber ein Punkt ist noch, wenn wir vorne, also wenn wir die Bremse mal größer machen, vorne, wie sich das, also hinten kleiner, vorne größer. Die Scheiben. Genau. Also wenn man, keine Ahnung, jetzt mal vorne ist aktuell 3,30. Meinetwegen, man schafft es jetzt auch mit 3,60 zu gehen. Das sollte mit 17 vielleicht gerade noch so irgendwie gehen. Mit viel Kraft und Hängen und Würgen und Drücken. Top. Passt. Guck mal. Und wenn wir hinten kleiner gehen, weil diese 300, die ich aktuell hinten habe, ist eigentlich schon fast zu viel. 82. Genau. Auch Top. Boah. Wobei man schon männlich jetzt reintreten muss, ne? Ja. Aber das ist halt, weil deine Zylinder so groß sind, dein Hauptbahnzylinder. Krass technisches Video. Viel Spaß beim Schneiden. Alter, danke. Wir haben jetzt auf jeden Fall immerhin schon mal gelernt, dass das, was wir bisher gemacht haben, sich hiermit auf jeden Fall belegen lässt. Das kann man definitiv sagen. Wir wissen jetzt, wie wir die Zylinder wählen müssen, damit wir immerhin schon mal waagebalkenmäßig in der Mitte stehen. Das kann man sich hiermit schon mal ausrechnen. Und man kann immerhin schon mal gucken, in welche Richtung es mit Bremse gehen müsste, damit man sich ungefähr nähert. Ja. Muss man jetzt natürlich alles wieder in Abhängigkeit sehen, Scheibendurchmesser, Belag, also Reibwert. Das sind natürlich schon alles Punkte. Aber man kann immerhin ausschließen, dass wir im nächsten Step was komplett Falsches machen. Weil ich sehe es immer noch so, dass dazu auch der Sattel da vorne weg muss. Weil das ist einfach kein Rennsattel, sondern das ist ein, was habe ich da gebastelt, ein irgendwas so Alfa Romeo von der Standardkiste. Und mein Bauchgefühl sagt mir auch vielleicht, dass es daran irgendwie liegt. Ich weiß nicht, ob so ein Rennsattel vielleicht auch zum Beispiel von der Abdichtung her anders ist. Und deswegen der Kolben leichter und schwerer rein und raus geht. Dass der in Anführungsstrichen auch fester schon da drin sitzt. Und halt deswegen auch sich nicht so einfach zurückdrücken lässt. Also meine Vermutung ist, ich würde gerne vorne einen Tucken größer, hinten einen Tucken kleiner, aber die Volumen gleich passend zu den Zylindern anpassen. Von der Theorie her wäre jetzt gerade, was die Bremse angeht, 17,8 und 20,6 das Beste. Das heißt, ich müsste nochmal ein 17,8 Zylinder besorgen. Und dann mal gucken, ob das nicht zu viel Kraft ist. Ob das nicht zu viel Kraft ist. Aber da kann ich schon sagen, mit 16,8 und 15,0 und das bin ich ja noch gefahren ohne ABS. Das heißt, du trittst automatisch nicht so stark rein, wie du normal reintreten würdest. Weil vom Fahren ja noch wirklich angenehm genug. Das heißt, wenn man da jetzt hoch geht, dafür aber einfach nur voll reinbumsen kann, wegen ABS halt, wird das schon noch. Das wird schon passen. Aber wir können auf jeden Fall lernen, es kommt nicht nur auf Outbremszylinder an, sondern genauso entscheidend sind auf jeden Fall auch die Kolben im Outbremszylinder. Im nächsten Step, um die Tabelle nochmal zu verfeinern, müssten wir was beim Fahren messen? Die Längsbeschleunigung. Die wäre noch interessant. Die gibt dann quasi Auskunft über deine Reifenhaftung. Längsbeschleunigung heißt einfach von 100 auf 20 Bremsen und einfach gucken, was da für eine Beschleunigung braucht. Alles was geht. Und dann kann man theoretisch noch so fancy Sachen machen. Also ich habe versucht, den Fahrfahrweg auszurechnen, die Hauptbremszylinder haben werden. Da geht man dann von so einem Lüftspiel aus, der zwischen Belag und Scheibe herrscht. Aber da bin ich dann ganz schnell darauf gekommen, dass du Elastizitäten vom Belag brauchst, Elastizitäten von den Bremsschläuchen, Bremsleitungen, und dann das Schluckvolumen, so nennt man das Bremsscheibe und dann die Werte, an die kommst du halt eigentlich nicht so einfach. Dann habe ich das sagen gelassen, aber das könnte man theoretisch noch machen. Mhm. Mhm. Was dachte ich denn so? Das war jetzt gar nicht. Ich glaube, ihr habt das gar nicht so wahrgenommen, ne? Das Schluckvolumen. Ja. Ich würde sagen, wir machen mal jetzt das Beste raus hier, dass wir die Daten an euch weiterkriegen. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt. Ich finde es interessant, alleine so dieses Zusammenspiel aus überhaupt Pedalkraft mit Bremse, alleine wie schnell wir Hauptbremszylinder mäßig auf eine Konfiguration gekommen sind, wo ich gar nicht 100% bremsen konnte, weil es einfach viel zu schwer reinzutreten ist, ne? Mhm. Deswegen. Allein das ist ja schon viel wert, ne? Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Danke Kai. Sehr gerne. Im nächsten Bremsenvideo seht ihr dann das Ergebnis, wofür wir uns entschieden haben. den Überschlag. �